Wie ist das an so einem Tag wie heute, an Ihrem Geburtstag? Ja, da wären wir gern bei hier, ne? Manche unserer Gäste werden hier an der Ostsee überrascht und manche sind selbst die Überraschung. Melanie ist extra aus den USA angereist, um hier gemeinsam mit uns einen ganz wundervollen Plan umzusetzen. Ich zieh ein bisschen und teil die Luft an und weiter ab, was gleich passiert. Hallo, ich bin Melanie. Hi, Melanie. Wollt ihr gerne einchecken? Du wolltest gerne einchecken, Melanie. Ich guck mich mal eben an. Ja, haben wir hier stehen. Melanie, ich brauch nur ganz kurz von dir deinen Namen und Unterschrift. Okay. Ich bin hier, um meine Schwester zu überraschen, weil ich sie schon seit 16 Jahren nicht gesehen habe. Die Unterschrift, perfekt. Du bekommst solles Zimmer. Dankeschön. Mit Blick auf das Meer. Okay, super. Melanie, den Gang ganz entlang bis zum Ende und dann nach links. Okay. Wenn was ist, bin ich hier. Okay. Schönes Aufenthalt wünsche ich dir. Tschüss. Also ich bin schon aufgeregt, aber dadurch, dass wir jetzt ein bisschen Zeit haben, kann man so kurz nochmal runterkommen, so ein bisschen. Das ist so beides im Moment. Mein Herz ist bis zum Rand voll, so voll von dir. So. Hi, hallo. 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 Na, wie geht's? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Auch gut. Auch gut. Ja. Melanie, wie schön, dass du da bist. Dankeschön. Ich freue mich sehr. Bist du aufgeregt? Sehr. Ich kann mir auch vorstellen, dass es emotional war, in Deutschland zu landen. Ja, sehr, war es sehr emotional. Es sind die Tränen etwas gelaufen im Anflug. Ja? Das erste Mal nach wie vielen Jahren? Hm, 16 Jahre. Das hört sich überhaupt nicht real an. Wie konnte das passieren, dass es so lange her ist? Wie alt warst du und wie alt warst du, als du weggegangen bist? Ich war 23 und meine Schwester 21, ja. Und war das erst mal wegen Beruf oder wegen der Liebe? Liebe. Liebe, ja. Wie war das damals, als du weggegangen bist? Das war nicht einfach, dann dort Tschüss zu sagen. Und ich hatte auch nicht die Vorstellung, dass ich nicht wiederkomme so schnell. Also, das war, nee, das war nie der Gedanke, dass das so lange dauern würde. Aber es ging einfach nicht, dass du nochmal herkommst. Woran lag das genau? Wir sind eine große Familie. Da ist das Geld sowieso schon knapp. Ja, ja, auf jeden Fall. Man plant immer, vielleicht klappt es nächstes Weihnachten oder nächsten Sommer oder... Und ruckzuck waren zehn Jahre rum und man hat sich nicht gesehen. Und wie ist es mittlerweile? Wie sieht euer Kontakt so aus? Wie ist die Routine? Meistens täglich, wenigstens eine Nachricht. Ja. Und konntest du es schaffen, wirklich nichts zu verraten? Dass wir beide hier so im Austausch sind? Das größte Geheimnis, was ich jemals hatte in meinem Leben. Vor deiner Schwester? Ja. Das sagt aber schon viel über euer Verhältnis aus. Ja. Was ist deine Schwester für ein Mensch? Und ich bin sehr stolz auf sie, weil sie schafft alles. Hat nicht wirklich Hilfe von irgendjemandem. Es ist alleinerziehend, hat ihr Kinder und großgezogen und ich war auch nicht da für sie, so wirklich. Und das ist halt auch... Tut dir das leid ein bisschen? Ja. Auf jeden Fall. Sorry. Dass du nicht da warst. Ja. Danke. Ja. Gibt es so Dinge, die dich besonders mit ihr verbinden? Ich habe einen Schlüsselanhänger. Und erklär mal, also das ist jetzt ein Teil von einem Herz? Ja. Big Sis? Mhm. Und da ist noch ein Mittelteil. Ja. Das hat meine Mama. Und dann das andere Teil steht Little Sis drauf. Ja. Und das ist meine Schwester. Ich halte es in Ehren, aber ich bräuchte es, denn ich habe mir was Kleines dazu ausgedacht. Okay, prima. Okay? Ja. Super. It's been a long day without you, my friend. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Die aufregendsten Momente für mich und mein Team sind immer die, kurz bevor ein Gast eincheckt. Dann heißt es wieder Überraschungszeit. Alle verstecken sich. Alle verstecken sich. Melanie Schwester Sabine wird von ihrer Mama und von der Tante gelockt. Hallo zusammen. Dann setzt sich hin, macht es euch bequem und dann hole ich euch gleich ab im Zimmer. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Oh Gott, ist das süß. Ist das süß. Ist das süß, ne? Romantisch. Ja. Wie ist das goldig. Hallo. 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 Sabine. Ja. Ich bin Julia. Hallo. Schön dich kennenzulernen. Hallo. Bis dann Elisabeth. Hallo Elisabeth. Ja. Und Claudia. Natürlich. Wunderbare Verbündete von mir. Die beiden hier. Okay. Ich bin wegen dir hier. Wegen mir. Wegen dir. Ich würde mich wahnsinnig gern ein bisschen mit dir unterhalten. Okay. Ich würde dich mal mitnehmen. Jetzt bin ich sprachlos. Jetzt bist du sprachlos. Das ist völlig in Ordnung, dass du sprachlos bist. Ich würde deine Mama und deine Tante hier einfach mal sitzen lassen für eine Zeit lang. Und dann setzen wir beide uns da hinten zusammen und reden mal ein bisschen. Wir reden. Ja. Wir reden. Kannst alles hier lassen. Ja, so ist es bei uns. Also herzlich willkommen im Haus am Meer. Komm mit. Ich habe gedacht, ich träume gerade. Ich stehe neben mir. Ich habe, ich weiß, das war unbeschreiblich. Ja, dass mir sowas passiert, hätte ich nicht gedacht. Das war schon. Das war schon. Sabine weiß immer noch nicht, warum sie hier im Haus am Meer ist. Ihre Mama und ihre Tante haben sie unter einem Vorwand hergelockt. Sabine, ich glaube, du wusstest wirklich gar nichts. Nee, gar nichts. Ich habe nichts geahnt. Ich weiß gar nichts. So soll das sein. Bist du ja mit deiner Mama und deiner Tante hier. Seid ihr so, seid ihr eine Engelfamilie? Ja, wenn es drauf ankommt, dann schon. Ja? Ja. Seid ihr zu zweit, deine Mama und du? Oder gibt es noch Geschwister? Ich habe eine Schwester. Wie heißt die? Melanie. Melanie. Wieso ist die heute nicht mitgekommen? Die ist in Amerika. Seit wann? Seit 2006. Aber ihr seht euch regelmäßig? Nee, nur bei WhatsApp halt. Videotelefonie, was es halt so gibt. Ist sie älter oder jung als du? Älter. Heute hat sie Geburtstag. Heute? 39 ist sie ja. Und habt ihr schon gesprochen heute? Nee, nur mal kurz geschrieben. Durch die Zeitverschiebung. Ist das für dich und deine Mutter hart? Ja, schon. Vor allem für mich. Weil wir waren immer so als Geschwister immer zusammen. Ja. So auch. Fehlt sie dir? Bitte schön. Danke. Was bedeutet dir deine Schwester? Ja, alles. Wir waren bis zu dem Tag, wo sie weg ist, eigentlich immer zusammen. Haben wir alles gemacht. Wie ist das an so einem Tag wie heute? An ihrem Geburtstag? Ja, da wären wir gern bei ihr, ne? Ja, da wären wir gern bei ihr, ne? Und das ist wirklich auch so, dass man sich erstmal nicht sieht. Habt ihr so Verbindungen zueinander? Kettchen, Schwesternringe oder wie? Schlüsselanhänger. Von dir und ihr? Und meine Mutter hat auch einen. Ach, alle habt ihr? Ja, so ein geteiltes. Hast du ihn dabei? Ja, in meiner Tasche. Ich bin neugierig. Ja. Kann man den abmachen? Darf ich ihn haben, mal kurz? Nur kurz. Ich bin nur kurz. Du kriegst ihn gleich wieder. Das heißt? Hä? Löst es. Weil du die Kleine warst. Ach schön. Die rechte Herzhälfte kann man so. Ich denke, ja. Süß. Also, die Geschichte vom Schlüsselanhänger, die kannte ich, weil ich ja mit deiner Mama ein bisschen in Kontakt bin. Die hat mir den tatsächlich auch gegeben, weil ich den so schön finde. Okay. So. Das ist ja richtig süß. Jetzt kann ich mir das auch besser vorstellen. Richtig schön. Mom. Lisses. Und deine Schwester dann. Ich hab hier noch einen. Guck mal. So, ne? So. So muss ich mir das vorstellen. Ja, aber wieso ist der jetzt hier? Wenn der meine Schwester hat. Ich weiß nicht. Was könnte das bedeuten? Ich hab hier die dritte Schöne. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Komm, wir verbrennen unsere Zweifel. Oh. Und heißen im Wald. Oh. So wie sie Lichter lugen, wir fangen uns auf. Wir stehen hier und schweigen, unsere Blicke so laut. Jetzt kann ich es nicht um. Das macht ihr, oder? Happy Birthday! Mein Herz ist wieder so erfüllt von allem. Ja, diese Lücke ist wieder zu. Ja, danke schön. Sehr gern. Guck mal in die Kuh. Genieß es. Danke schön. Ich bin erleichtert und einfach nur happy, so richtig glücklich. Ja, ich würde am liebsten die Zeit anhalten. Ja, ich bin bei ihr. Vielen Dank.